So, hier ist dann das Bogenschießen im Magic Life. Hier werden auch dreimal täglich Kurse angeboten. Hier ist jetzt gerade für die Kinder Bogenschießen. Ja, wie gesagt, man kann hier unheimlich viele Aktivitäten machen. Ich zeige euch nachher noch Pferdereiten und viele, viele andere Sachen. Und der Club ist auch wirklich super schön. Die Anlage ist total gepflegt, weitläufig, unheimlich grün und wirklich einfach nur raumhaft schön. Hier fahren wir unsere Volleyballfelder hier, weil das dann nicht gut ist. Hier ist dann direkt das Volleyballfeld. Dort gibt es dann auch zwei meiner Aktivitäten, einmal vormittags, einmal nachmittags. Man kann sich aber auf jeder Zeit einen Ball ausleihen und selber sparen.